Servus bei BMW Today. Ich bin der Edi Weyreiter, bin Trainer und Instruktor bei der BMW Driving Experience und wir sind heute hier auf dem abgesperrten Gelände in Maisach bei der Driving Experience Academy. Und es dreht sich alles um Donuts. So, der schnellste Weg erfolgreich zu sein und das Wichtigste zuerst hat nichts mit Fahren zu tun, sondern es geht ums Sitzen, Sitzposition. Erstmal schön nah am Lenkrad, so dass ich volle Kontrolle von Bremse und Gas habe und dann seht ihr schon die Lenkradhaltung und das Lenken. Ich will kein Häschen sehen und auch kein Tellerwäscher, beides tut sich ziemlich schwer. Drei Uhr, neun Uhr ans Lenkrad greifen, dann könnt ihr nachher bei den ersten Drifts schlagartig gegenlenken. Wir brauchen sehr viel Lenkwinkel und wir können den Drift auch immer kontrollieren, das heißt mal größer und mal kleiner und gleichzeitig weiß ich immer wie mein Lenkrad steht. Wir sind natürlich hier auf dem abgesperrten Gelände der BMW Driving Experience Academy in Maisach, also auf keinen Fall im richtigen Straßenverkehr machen. Drift happens! So, jetzt mein Tipp. Nehmt den zweiten Gang, das ist der goldene Gang. Ein harter Schlag aufs Gas, Auto geht ins Oversteering und danach ist alles die Lenktechnik durch das Pumpen am Gaspedal. Kann ich das Ganze so steuern, dass es immer schön im Driften bleibt und die Musik spielt. Mein Gast heute, Chefinstruktorin Claudia Hürttgen. Hallo Claudia! Hallo! Lust auf ein paar Donuts? Nein, ich meine nicht die hier. Die da! Okay, auf geht's! Ich liebe diesen Job! Vielen Dank fürs Zuschauen bei BMW Today. Und wie ihr alle sehen konntet, es gibt Donuts und Donuts. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Tschau, jetzt noch einmal agentenmäßiges Einparken. Auf keinen Fall auf der richtigen Straße ausprobieren. Unbelievable! So, jetzt noch etwas Französ Glas ausprobieren lassen. Das war's für работы und wart euch Deutsch ausprobieren! Daher ist auf einen Kuss Kuss! Die andere nichtartigeren sind, ihr Eiweiß ausprobieren!